Sprich mit dem Drill-Sergeant. Ich will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Because App Militech! Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station One, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Kampf und Lager. Not bad. But it's more realistic if the targets pack an iron. Quit standing around and take cover! In Deckung gehen. Drücke C, um dich hinter Objekten zu ducken und in Deckung zu gehen. So kannst du feindliche Schüsse entgehen. Er lebt einen Schaden. Du bist verletzt. Fehlt deine Gesundheit auf, nun stirbst du. Verbrauchsgüter. Wenn du ein Verbrauchsgut einsammelst, wird es automatisch in einem leeren Quickslot deines Interventars hinzugefügt. Verbrauchsgüter wie Granaten und Gesundheitsitems haben Ladungen und können benutzt werden, solange noch Ladungen verfügbar sind. Die Anzahl der Ladungen wird durch eine Zahl auf dem Symbol des Items angezeigt. Im Laufe der Zeit werden Ladungen wieder hergestellt. Drücke, hm? Verbrauchsgüter. Oh, granted. Okay. Oh, okay. Oh, you got to. I got some Chooms with him this time. You know what to do here. Krass, die Waffen. Ausdauerverbrauch ist auch neu. Das war vorher nicht so. Okay, T-Bug. Drücke Tab, um deinen Scanner zu aktivieren. Scanne Details. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solcher Objekte. Beim Scannen werden interessante Objekte in deiner Umgebung hervorgehoben und es werden hilfreiche Informationen über sie angezeigt. Server Explosive. Überwachungskamera. Computer. Gefahr wird rot hervorgehoben. Geräte, die du hacken kannst, werden grün hervorgehoben. Also, Hackbar. Gefahr. Und Interaktive Objekte werden blau hervorgehoben. Okay. This training module will teach you how to apply technological tools to combat situations. Jesus, Corpo speed can even make hacking sound boring. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Quick Hack Menu. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Nutze dein Quick Hack Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick Hacks mit Q, W, Maus und bla 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 durchgehen. Quick Hacks. Corpo trash. Style over substance. Good. Now take him out quietly. Okay, leise ausschalten. All right. All yours. Take him out. Und mit F, packen. Tödliche und nicht-tödliche Takedowns. Du kannst selbst entscheiden, wie du mit Gegnern umgehst. Manchmal genügt ein nicht-tödlicher Takedown. Never smart to leave behind any trace of your handiwork. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Gegner verstecken. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Ohren verstecken. Um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Easy peasy. Okay. Now try to take him down in one slick move. Okay, nice. Klaro. Quick Hacks Kontrolle geht über Geräte erhalten. Mit Quick Hacks kannst du die Kontrolle über bestimmte Geräte übernehmen. Halte Tab um den Scan zu aktivieren. Und die Kamera zu hacken. Jetzt. Detonate die Grenade. Viel Spass. Boom. Breach Protocol. Manche Geräte wie Computer Terminals, Netzwerk Zugangspunkte und so weiter können direkt über eine eigene Windows-Oberfläche namens Breach Protocol gehackt werden. Dadurch kannst du neue Informationen, Vorteile und Ressourcen erhalten. Nähere dich dem Zugangspunkt und drücke F. Und dich damit zu verbringen. V, you're not a gonk-brained Militech. Ist ja gut. Breach Protocol benutzt Robelfläche. Zum hacken eines Netzwerks musst du dessen Code-Sequenzen nachbilden. Indem du Zeichen aus der Codex Matrix auswählst, die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Das Breach Protocol beginnt immer mit der ersten aktiven Zeile. Wähle 55 aus der Code Matrix. Na gut, das weiss ich noch ziemlich gut, wie es funktioniert. Da hat sich nichts geändert. Ausserhalb von diesem Training brauchst du ein Cyberdeck mit darauf installierten Programmen, um Quick Hacks zu benutzen. Not too shabby. Militech's Algorithms put you on a decent run. Got additional modules, if you want to hone any other skills. Before you finish up, don't doubt now. But remember, the street's not gonna give you any hints or second chances. Basis Tutorial abgeschlossen. Hiermit hast du das Basis Tutorial abgeschlossen. Interagiere mit der Tür, um diese Emotion zu verlassen. Oder stöbere in den optionalen Tutorials, um mehr über andere Bereiche des Gameplays zu erfahren. Stealth? Klar, kommen noch zwei... Why not? Right. So first, let's shape up those stealth skills. Um ein Ziel mit deiner optischen Cyberbär zu markieren. Ziele mit... ... Patrouillieren. Aber Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine und verändern fort. Achte daher gut auf ihr Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleifen. Totenmuster haben sie ja jetzt nicht. Stealth, betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, fühlt sich seine Alarmanzeige gerechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. Find cover, quick! Nice, nice! Now move slowly towards the exit. Stay out of sight. Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Oh shit. Almost, almost. Again, from the top. Naja. Ich hätte wahrscheinlich warten sollen. I wanted to andet... ... ... Find cover. Quick! Schön! окнуть Jetzt örtlich durchself direction. vemosutches. Stealthy now, V. You ever relive a Ninja BD? Just like that. Nova, well done. On to the next area. Sicherheitssysteme. Haltet die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern deine Position verraten können. Now the same thing, only with the camera. Feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen, wohingegen verbündete Kameras grüne Scannerstrahlen haben. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Ähm, Sightseeing? Einfach. Nice work today. Just stand on the platform to exit the sim. Alright, some advanced combat techniques for dessert. Then we wrap this party up. Claro. Time to get down and dirty in close quarter combat. Time to get down and dirty in close quarter combat. Schneller Angriff drücke. Hm, um einen schnelleren Angriff auszuführen. Schnelle Angriffskombo. Meine Angriffskombo. Schwerer Angriff. Schwerer Angriff. Halte gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen. Fortlaufendes Angreifen kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Angriffskombo verursachen bei jedem aufeinanderfolgenden Treffer mehr Schaden. Wir brauchen dafür aber auch mehr Ausdauer. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand des Huts. Wenn dein Ausdauer kritisch niedrig oder ganz verbraucht ist, verringern sich dein Schaden und dein Angriffskombo. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Let's bump things up from easy to normal. This next fool can block your attacks. Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe fügen einen blockenden Gegend keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Blocken. Halte, um Abwehrhaltung zu geben. Ausdauerkosten fürs Blocken. Jeder Angriff, den du blockst kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf Null fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Angriff blocken. Schwerangriffe deinen Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen, wie deine schweren Angriffe ihre. Gegenangriff. Drücke bei einem eingehenden Angriff, um kurz vor dem Treffen den Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Jetzt dieser Mann verliert seine Angriff, wenn er schlägt. Geht das. Geht in da und lande einen Counterpunch. Hä? Hä? Okay. Ausweichen. Wähle zum Ausweichen mit... ...eine Richtung. Schwerangriff. Schwerangriff. Ich mag das. V. Wollt ihr diesen Schweren sehen? Schwerangriff. 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 Ja, das war jetzt einfach. Ich gehe mit Melee-Wappen. Schwerangriff. Schwerangriff. Klaro, gerne. Nahkampfwaffen. Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Gut. Jetzt zeig mir, was du gelernt hast. Abschliessender Test. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Das sind einige der anderen zu machen. Ja. Das ist mit dem, das was er. Die Leute faire dochter der Menschen эк星ime. Ich verstehe. Good Goodalu. Klar. Danke, T-Bug. Geh durch die Tür, um die Signation zu verlassen. Es gibt eine hohe Worte, eine hohe Worte und mehr Menschen, die unter der Poverty-Line leben, als sonst woanders. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.